Erfreunde und willkommen zu Dark Souls er hat ihm aus mache ich erst mal weg hier das ist doch viel schöner und da ich jetzt absolut nicht weiß ich den Schmetterling besiegen sollen um habe ich mir gedacht ich gehe doch noch mal zurück ich werde irgendwie zurückkommen oder leider hat es mir bis jetzt keiner geschrieben ob es seine Strategie gibt oder wie ich weiter vorgehen soll deswegen werde ich mal ganz spontan muss auch mal sein er hat mir ja sonst immer genug support gegeben sage ich mal da kann ich das auch mal alleine schaffen nach dass sie der schon scheißvieh und schluss war da wieder so ein leader moos klumpen wenn man da hinkommt frage ich mich kommt auch irgendwann noch hin hey du wow zock und schluss die sind ja kein problem mehr eigentlich oh da ist ja noch einer ganz vergessen zack und schluss gut das ist ja alles kein problem stimmt ja hier gab es ja auch noch weg runter ah nee den gehe ich diesmal nicht ach so da ist noch einer ich habe doch seine fußstapfen gehört ja ja mir macht nichts vor nein scheiße jetzt war ich zu nah dran ah ich hasse dich ich hasse dich du blödes Vieh ach komm no risk ah blödes Vieh es ist verkogel stohlen hier aber wie gesagt da gehe ich lieber mal nicht runter aber ist wie stark taktig gegner sind auch telefon ruft auch immer zum unpassten zeitpunkt an äh ne sonst mal wieder kein anderer im haus wie ich schätze aber man muss ja echt sagen mittlerweile wir sind ein Distanzkampf äh ich zeig dir einen Toten gelobt sei die Sonne praise the Sonne ja ja tut tut ah was aus mit blocken bla bla so ah ich schmeck grad mir fehlen ein paar Seelen die ich ja beim Kampf gelassen hab egal ich werd noch oft das wahrscheinlich mehr Seelen verlieren als mehr Liebes ich frag mich ja ob's da irgendwann mal weitergeht und wie aber mittlerweile gibt's ja doch wirklich noch paar Möglichkeiten wo es weitergeht eine geh ich ja jetzt hin das hat mir ja auch jemand geschrieben ich dachte grad was hier viele Nachrichten rumliegen unglaublich ach da schießt du schon gleich einer äh verdammt hey nicht ausweichen das ist unfair so kommt der andere auch der blickt mich zumindest mal an okay bleib stehen das ist ja gut okay gut ja unten wird's ja auch weitergehen also es gibt wirklich einige Wege mittlerweile aber ich hab das Gefühl einer ist schwerer als der andere ähm hm packe ich die mal sehen ob ich die packe erstmal einen andocken nein nein das ist unser zweiter fuck it oh den habe ich mal gleich ganz hochbekommen und schluss oh mittlerweile mut he bald der stülpen was ist das denn ähm mann 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 7 7 hä warum sind die nicht ich guck mal hier ähm die sind immerhin besser etwas und das gewicht ist genau gleich hm ne blutresistent und giftresistent einige schlechter seh ich grad inzwischen Sachen ist einiges besser hm hab ich das anbehalten soll oh fuck nein was nicht ernst ok 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 schön das war wenn man aus dem internet fliegt mal dann das neu startet ja spiel ich halt im offline modus weiter ist ja auch egal spiel da auch mal neun hier seht ihr mein zweites spielstand dem ich mal ein paar lehn noch gestartet habe hab ich ein bisschen anderer charakter genommen aber irgendwie hab ich das gleiche dann gemacht ok immerhin ich weiß jetzt wirklich das alles mögliche hab so nur die krieger liegen wir dem ort wo sie gestartet sind seh ich so aus oh und tschüss nach oben sind es ja wahrscheinlich wieder auch noch welche ach nö wie komm ich denn da weiter sind ja die ganzen bogenschützen oder was ist uncool das ist uncool vier Pfeiler hab ich nicht mehr oder? hä? vier Pfeiler hab ich denn noch? äh äh 57 ich hab doch noch genug wenn ich wollte boah äh hm 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 ok ok gut müsste genau so ah ja sieht man die Pfeile boah aber ich sehe jetzt einen Feind kaum nicht ah jetzt sehe ich ihn besser mal sehen nein hui hui hua nein scheiße fuck it fuck it alter das ist uncool wenn die zurückschießen das ist mir zu blöd irgendwie weg ne das ist mir zu blöd ich versuch's anders erstmal unter die Brücke hier woa da ist ja die Lücke woa alter fällt er hier runter da ok hätte ich das gleich gewusst dass der hier runter kommt dann wäre ich ihm entgegen gekommen gleich entgegen gekommen bin so weiße ach ja jetzt sind die ganzen Viecher noch boah hm und tschüss ok ok und tschüss obwohl oh warte mal grad äh unten sind doch Ratten da brauche ich auf jeden Fall mehr Giftresistenz ich mach nochmal da zurück rotten ich komme woa woa alter kommen sie gleich echt so einer weg noch einer weg ach komm Penner ach den Penner darf ich jetzt auch nochmal besiegen da ist doch ein weiter weg hier zurück und tschüss das ging ja gut ja da war noch einer ah ist noch im Kopf hier zack der ist auch weg wunderbar jetzt hat jemand gesagt hier beim Drachen oben ich lass den erstmal hier verbrennen hey du sollst was brennen woa 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 Zeiler 13 allen das blöde ist ähm wie komme ich denn da jetzt zurück rennen äh keine Ahnung woa nein woa fuck it ouch ouch nein 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 ouch fuck it oh ich lebe noch ah das ist blöd aber hier zurück zu kommen richtig scheiße keine Ahnung wie man es sonst machen sollte ich frag mich ja hat der hier uns noch was zu sagen ist der noch da ja da genießt er immer noch der gelobt sei die Sonne ja hallo da ich bleibe hinter die Sonne die Sonne ist ein wunderbarer Schau ab wenn nichts neues mir zu sagen hast kannst du mir gestohlen bleiben ne Bindestweise teils mich nur auf und meine Mission keine Schlüsse benutzt tatsächlich hat geklappt mal sehen wo es hier runter geht runter klack da an oh da geht es aber echt ganz schön runter rutschen ouch das muss doch weh tun ich kann mir nicht vorstellen naja ok der hat Handschuhe und alles an aber da wird alles abgeschliffen doch wo bin ich denn jetzt hier auf jeden Fall weiter unten äh äh geh ich hier runter was ist das denn für die da unten aah da kommen wir entgegen uah uah geht's hm ich geh lieber nach oben ich hab irgendwie schon ne Ahnung wo ich auskomme ich dachte grad ich hätte was gehört ich glaub bin doch ich würd's wahrscheinlich wissen ah ja ah ja komm komm ich glaub ich weiß es uah uah ja noch zwei von denen aah ja ja mhm könnt ihr euch nicht besser absprechen beim Schlagen alle gleichzeitig bitte ja ja genau das war der eine Übergang noch ne Verbindung sag ich mal Abgehörungen finde ich das jetzt nicht gerade aber echt krass wie die ich find's echt immer wieder faszinierend wie die Welt hier zusammen verknüpft ist geil einfach nur geil kann man nicht anders sagen jetzt sind wir wieder hier hm ja ist eigentlich logisch wenn man beim Drachen hier runter geht die Treppe kommt man ja hier beim Leuchtfeuer aus und hier ist sind wir jetzt mal anders runter gegangen kommt der auch noch ja der kommt auch noch wie üblich der will auch noch sterben ne der ist ja schon tot so gut mein Essensverlager kriege ich wieder zurück aufsteigen kann ich nicht ne der brauch ich 3900 aber warte hab ich eigentlich noch paar Seelen sonst irgendwie ah ein Soldat ja kann ich eigentlich doch einsetzen die mehr tausend naja nochmal tausend bringt's eigentlich nicht zumindest momentan nicht wa ähm hab ich sonst noch ich glaub ich hab nur die Seele Soldat Doppelmenschlichkeit ja aber ich kann immerhin jetzt könnte ich noch einmal aufsteigen immerhin ähm ähm mehr leben ich glaub mehr leben oder Resistenz bisschen nochmal Resistenz ne leben ok wunderbar jetzt gehen wir aber da nochmal zurück ach so ja ja ich hab's ja wiederbelebt äh das ist natürlich blöde zack und tschüss alter bis ich ja unten hin komme da ist ja der ganze Part rum ach so jetzt darf ich die blöde Stellen nochmal nachmachen naja mittlerweile sollte das ja kein Problem mehr sein und tschüss und tschüss ok dann hauen wir hier wieder runter ab äh das ist aber sehr unpraktisch wie die Tür hier aufgegangen ist warum ging die nicht zur anderen Seite auf wir machten wir machten wir hätten das konzentriert das ist total blöd so können wir mal hier unten weiter gucken was gibt's denn noch ich hoffe die Gegner sind hier packbar ja zumindest ein komischer Hund oder was das war was auch immer oh oh fuck da sind ja zwei auf einmal was sind das für blütrünsche Biester alter fuck fuck was die bringen Blutung ey 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 ganz cool bleiben Jungs alter was die abgehen hier uah uah so mein Gott war nicht gleich so aber ich glaub da war noch ein dritter sogar ja da hinten läuft noch ein dritter rum oh schön sind wir wirklich fast am Boden weiss ich wo wir sind hey du komm mal rüber halloo scheiß Dreck hm 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 da ist ne Tür oh Oh, wer haben wir denn hier? Wer bist du denn? Du hast die Tür für mich öffnet. Vielen Dank. Ich bin gebraucht. Ich dachte, ich könnte nie zu erlauben. Ich bin Griech, Herr Winnheim, ein Schäfer der Schule. Ich bin sehr verpflichtet für deine Unterstützung. Dankeschön, ich werde jetzt meine Reise. Ich werde ein bisschen wundern und dann zurück zum Feierlink-Schwein. Ich habe meine Reise. Und ich werde nächstes Mal bemerkbar sein. Außerdem habe ich eine wichtige Aufgabe. Oh, Herr Winnheim, ich bin gut. Ich werde ein bisschen wundern und dann zurück zum Feierlink-Schwein. Ich habe meine Magie. Ich werde nächstes Mal bemerkbar sein. Außerdem habe ich eine wichtige Aufgabe. strecken. Ja, und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.